In Päuerbach ist es schon Tradition, dass die Sternenbetriebe zum großen Pärchtenlauf und zur weihnachtlichen Shopping-Kneid einladen. Die gruseligen Gestalten zeigten sich dabei sehr familienfreundlich. In erster Linie soll es für Kinder sein und Päuerbach hat sich auf die Fahnen geschrieben, dass es eine familienfreundliche Stadt ist, in der man gern lebt. Und natürlich soll das auch beim Pärchtenlauf so umgesetzt werden. Eingestimmt wurde der traditionelle Pärchtenlauf durch den Nikolaus und seinen Engeln. Für die Kinder gibt es 200 Lebkuchen und mit den zwei Engel, mit denen ich mitnehme, da gibt es Zuckerl, Schlecker und andere Süßigkeiten. Doch nach dem Süßen gab es dann doch noch für so manchen auch Saures durch die Route. Wahrscheinlich so 20 Mal so ungefähr. Aber ich provoziere es auch. Und dass du irgendwie eh tut, gehört dazu. Familienfreundlich sind es schon. Bitte hat es nicht viel. Ich darf nicht viel. Andererseits gehen die Pärchten liebevoll mit den kleinen Gästen um. Ein bisschen Angst haben können Sie ruhig einmal. Das gehört rund um den 5. Dezember dazu. Das sollen sie jetzt natürlich in Maßen nur fürchten. Und das bringen unsere Pärchten ganz leicht zusammen, dass das nicht übertrieben wird. Dass man halt einfach nicht seine Rolle übertreibt und halt auch die kleinen Kinder vielleicht hilft, die Angst zu nehmen von dem Ganzen. Und ja, einfach nicht seine Rolle übertreiben. Einfach menschlich bleiben. Immerhin stecken hinter den schaurig schönen Masken Menschen. Und da muss man als Percht oder Krampus schon auf Sicherheit achten. Ja, es ist halt schon gefährlich, wenn man mit den langen Händen, dass man dann irgendwie anteifelt oder was man sieht, da fasst gar nichts. Im Laufe der Jahre sind die Shows immer ausgefeilter geworden. Dem Preuerbacher Publikum wurde einiges geboten. Das moderne Publikum möchte eine moderne Show. Sie wollen was dargeboten haben. Mit viel Feuer, mit Rauch und dergleichen. Einfach anders gezeigt, als es früher war. Nach dem Lauf konnten die vielen Gäste noch feiern oder shoppen. Ja, natürlich. Also wir haben wieder ein Shoppingnet von den Betrieben. Wir haben das Bonschdorf von unseren Vereinen. Wir haben heuer das erste Mal auch als Sternenbetriebe noch einen Bonschstand aufgestellt. Und ja, es tut sich eine ganze Menge in Bärbach. Cool!